Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Cheezys Tube zu einem neuen Video im Ganzkörpereinsatz sozusagen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr denn euren Camcorder per HDMI-Kabel mit eurem Fernseher verbinden könnt, um so die bestmögliche Auflösung zu haben. Und zwar funktioniert das Ganze leider nicht mit mitgeliefertem HDMI-Kabel, das gibt es leider nicht, das müsst ihr optional dazu kaufen. Und zwar braucht ihr dafür Mini-HDMI auf HDMI. Und zwar werde ich das Ganze kurz vorbereiten, ihr steckt einfach das große HDMI-Kabel, einen Moment, beziehungsweise den großen Anschluss, also diesen hier, steckt ihr in euren Fernseher. Und diesen kleinen Anschluss, der kommt bei eurem Camcorder, den haben wir hier, einmal rumdrehen, hier die Klappe aufmachen und dann sehen wir schon Mini-HDMI. Da steckt ihr das Ganze natürlich richtig rum rein. So. Und nun verbindet ihr das Ganze mit dem Fernseher. Das mache ich eben. Nachdem ihr das Ganze mit dem Fernseher verbunden habt, macht ihr einfach ganz hier die Klappe auf und drückt ganz einfach diesen Knopf hier. Das startet den Camcorder automatisch in den Wiedergabezustand. Dann seht ihr schon hier unsere Auflistung. Und nun macht ihr einfach den Fernseher an. Und je nachdem wie viel HDMI-Ausgänge der hat, müsst ihr natürlich auf den richtigen Input schalten. Ich werde das eben mal versuchen. Ich muss schauen, welcher HDMI das ist, ob das HDMI 1 ist. Das sieht nicht so aus. So. HDMI 4 ist es also. Und ihr seht jetzt hier haben wir auf dem Fernseher genau das gleiche wie hier. Und wir können auch hier einfach mal was abspielen. Und hier kommt nun der Ton aus dem Fernseher und aus dem Camcorder. Und wir sehen schon, das ist ein vorher aufgenommenes Video, dass die Qualität wirklich sehr, sehr gut ist. Also man sieht das. Ich werde das ganze Video hier nun wieder pausieren. Und wir haben hier einfach unseren Bildschirm. Und wir können dann auch beispielsweise wieder in den Videomodus zurück wechseln. Aber das funktioniert dann nicht mehr. Hier sehen wir das Ganze. Hier der Fernseher. Das gibt dann eine schöne Endlosschleife. Und ihr hört mich jetzt auch gedoppelt. So. Ich mache das ganze Gerät aus. Das war es von diesem Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und sag ich, off yani. Look into the mirror And tell me what you see Untertitelung. BR 2018